Kätrine Engberg Krokodilwächter Ein Kopenhagen-Thriller Gelesen von Dietmar Beer Mittwoch, 8. August Der Staub der schweren Gardinen wirbelte im morgendlichen Licht. Gregers setzte sich in den Sessel und betrachtete den Tanz der Partikel durch das Wohnzimmer. Es dauerte inzwischen verdammt lange, bis er richtig aufwachte. Aufzustehen lohnte sich schon fast nicht. Er legte die Hände auf das abgewetzte Polster, lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen vor dem Lichtflimmern, bis das Gurgeln der Kaffeemaschine zu hören war. Gregers zählte bis drei, schob sich aus dem Sessel, schlüpfte in seine Pantoffeln und schlurfte mit kurzen Schritten in die Küche. Immer der gleiche Weg, von der Mahagoni-Anrichte und dem grünen Sessel bis zu dem verfluchten Handgriff an der Wand, den die Altenpflegerin letztes Jahr angebracht hatte. Er warf den gebrauchten Kaffeefilter in die Mülltüte unter der Spüle. Schon wieder voll. Gregers zog den Müllbeutel vom Ständer und stützte sich auf dem Weg zur Küchentür am Tisch ab. Zumindest seinen Abfall konnte er noch selbst hinunterbringen. Er warf einen Blick auf die Flaschenbatterie seiner Nachbarin auf dem Treppenabsatz über seiner Wohnung. Elende Säuferin! Gott sei Dank war es schon eine Weile her, seit sie das letzte Mal eines ihrer ausschweifenden Abendessen gegeben hatte, die sich bis in den nächsten Vormittag zogen. Was waren das bloß für Menschen, die die ganze Nacht übersaufen konnten? An einem Werktag. Die Stufen der Küchentreppe schienen unter ihm nachzugeben. Er hielt sich gut am Geländer fest. Natürlich wäre es vernünftiger, in eine moderne Wohnanlage für betagte Menschen zu ziehen, aber Gregers hatte sein ganzes Leben in der Kopenhagener Innenstadt gewohnt und wollte es lieber mit ein paar schiefen Treppenstufen aufnehmen, als in irgendeinem Pflegeheim an der Peripherie zu vergammeln. Im ersten Stock stellte er die Mülltüte ab und stützte sich an den Türrahmen. Die beiden jungen Studentinnen, die sich die Wohnung in der ersten Etage teilten, waren ein ständiger Quell der Irritation, insgeheim aber auch der Sehnsucht. Ihre beschwingten Schritte auf der Treppe, ihr duftendes Haar und ihr unbekümmertes Lächeln weckten Erinnerungen an Sommernächte am Kanal und verliebte Küsse. An all das, was einmal gewesen war, und an all das, was nicht passiert war, weil man zu lange gewartet und zu spät entdeckt hatte, dass das Leben allmählich zu Ende ging. Nachdem er sich ein wenig erholt hatte und aufblickte, bemerkte er, dass die Wohnungstür der jungen Frauen nur angelehnt war. Grelles Licht drang aus dem Türspalt. Die Mädchen waren jung und gedankenlos, aber doch wohl nicht so dumm, mit offener Hintertür zu schlafen. Es war halb sieben, möglicherweise waren sie noch gar nicht zu Hause, aber dennoch, warum brannte das Licht?« Untertitelung des ZDF, 2020